Musik Also um ehrlich zu sein, würde ich ganz gerne hinter der Bühne stehen und auf einem großen Monitor verfolgen, was auf der Bühne passiert. Tatsächlich ist es aber so, dass die ganze Zeit mein Visagist neben mir steht und einmal meinen Haaren toupiert, obwohl ich mich auf der Bühne gar nicht bewege. Und es wird aber ständig toupiert, gepudert und geschminkt. Musik Oft ist es leider auch so, dass hinter der Bühne man nicht so viel mitkriegt wie vor der Bühne, weil hinter der Bühne so viel Gewusel ist, so viel ab- und aufgebaut ist und weil da oft Monitore stehen, wo man was sieht, aber eben nichts hört. Musik Aber ich werde auf keinen Fall, weil mir gerade jemand hier so gesagt hat, machst du hier und so, ich habe mein Telefon meistens am Tag der Verleihung sogar zu Hause vergessen. Oder sonst irgendwas. Ich bin der Letzte, der dann noch Selfies mit Campino macht, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als auch dann noch bei solchen Erlebnissen, wo man eigentlich so persönlich da sein sollte, noch die ganze Zeit mit dem blöden Handy rumrennt, um dann noch irgendwelche Leute zu fotografieren. Musik Und ich habe wirklich bei den Echos, die ich moderiert habe, die großartigsten Leute getroffen. Da war, glaube ich, U2, da waren Deppish Mode, da waren Katy Perry, da waren wirklich also Superstars. Und so wird es in diesem Jahr wieder sein. Musik 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 Musik